Dann geht's jetzt weiter und wir probieren mal... Was spielen wir denn? Ach, scheiße, ich wollte nicht immer umspielen. Ich wollte eine andere Map spielen. Dann müssen wir noch mal beenden. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Ich wollte eigentlich jetzt die Dings ändern. Aua! Nee, ich möchte gerne eine andere Map haben. Du musst eins sagen, die Musik entspannt mal einiger Zeit, ne? Ja, also die Musik hat schon ein bisschen was von Minecraft. So vom Energielevel her. Habe ich euch mitgezogen, hoffe ich? Nee, wir sind noch im Spiel. Dann müsst ihr bitte mal aufgeben, ansonsten müsste ich euch nochmal neu einladen. Weil... Ganz unten davon aufgeben gehen. Jo, hab ich. Weil... Dann kann ich euch eine neue Bahner stellen. Die Frage ist, was spielen wir? Gucken, was wir jetzt spielen. Nee, nicht. Nur Freunde, nur mit Einladung. So. Auf geht's. Ach, hier oben wäre es gewesen. Okay. Äh... Du musst uns, glaube ich, doch nochmal einladen. Ja, ja, ja. Ich schalte dich jetzt sofort ein. Wir spielen jetzt die Oase. Ah, du kannst auch klassisch Dunking, Eishockey erkunden, Party. Ah, du kannst hier doch verschiedene Modi spielen. Ich kann auch die Schläge euch hochsetzen. Ich hab zwölf, kann ich halt mehr Schläge geben. Wird noch Markus? Ja. Entschuldigung. Ich frag grad mal ganz kurz im WhatsApp. Ja, ich komm sofort nicht wieder. Ich muss aber, äh, bis wir starten. Bis wir das dringeln. Ich hab noch mal grad einen meiner Resting-Kumpels geschrieben. Ja, da kannst du sogar komplett ohne Zeit und ohne alles die Löcher spielen. Ja, die Musik hat ein bisschen was davon, als wenn Sims und Minecraft sich miteinander gefahrt hätten. So, jetzt geht's weiter. Ich hab was zu bringen hier. Äh, seid ihr bereit? Können wir starten? Ja. Gut. Let's go. Oder Kev? Hä? Ich hab gesagt, die Musik hat ein bisschen was davon, als wenn Sims und Minecraft sich miteinander gepaart hätten. Keine Ahnung. Hätte ich so komische Ladenmusik bei Sims immer, ne? Ja, wenn du irgendwas baust. Also wir haben jetzt für die letzte Runde 25 Minuten gebraucht. Na gut. Dann machen wir jetzt. Einen Eishockey-Motor? Einen Eishockey-Motor? Ja, ja. Es gibt auch ziemlich verschiedene Modi, die man sich angucken kann. Du kannst, glaub ich, auch Modi spielen, wo du dann den anderen, äh, z.B. den Ball so fernern kannst, dass der aus Eis ist. Dann rutscht der so über die Bahn und sowas, was weiß ich. Hab das nämlich schon mal bei, ähm, Twitch schon mal ein paar, bei ein paar Leuten gesehen. Ach, da oben drauf. Ah, sind zwei Löcher. Entweder da oben, oder? Das ist geil. Das ist geil. Das ist cool, dass die noch ein, äh, Limousin andere Musik haben. Nein! Das war zu fest. Boah. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Das war grad so knapp! Ich hätte die auf Paar gehabt, die Bahn. Ja, ich hätte grad fast Birdie geschafft mit zwei Schlägen. Der ist so knapp an der... Der war schon auf dem grauen Rand von dem Loch, ey. Oah, ich... Ne, ey, maaan. Oah... Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Energy Drink, yes. Na, vier Schläge von meinen. Komm, 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 noch ein weiter. Scheiße. In zwei Schlägen. Ja, ich bin das erste Mal in der falschen Kante gerutscht. In der falschen Gerutsch. Aber es ist cool, dass sie nicht immer die gleichen Bahnen auch in meinem Team, sondern pro Thema noch eine andere Bahn. Das ist ganz cool gemacht. Bis her zumindest. Oh, fast drüber. Ja, ich bin doch zu über Luft. Komm, 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 komm. Geh noch rein. Ähm, ich hab noch ein ganz komisches Gefühl, dass die Wings dann hinten hier auch. Yes. Hä? Das wird wahrscheinlich die Finalbahn am Ende sein. Hm, da hast du da reintreffen müssen bestimmt, oder? Äh, was hab ich jetzt gefühlt? Boah. Oh, auf der Hügel ist klar. Oh, was? Okay, da oben ist eine kleine Dings drin. Ja, man muss eigentlich nur in diese Einmuldung da reintreffen. Ja, nur. War ja leichter gesagt als getan, ey. Ja, merke ich gerade. Wieso hat er eigentlich meine Ente nicht auf? Ich hab doch extra die aufgesetzt. Yes, bin drin. Auf Fahrt. Ich glaube, weil ich euch neu einladen musste, dass das quasi gesättet hat. Äh. Ah, gut, auch. Ich musste ein bisschen, ich neuer da reinfuchsen, das Spiel. Ah. Oh. Da hat er mal die Party verlassen. Da müsstest du, glaube ich, gleich noch mal neu einladen bist du im Stream. Hat er funktioniert, okay. Da hat er mal ein Disconnect gehabt. Jetzt, ja, ah, Mann. Ich dachte schon, das wird gar nicht mehr, Herr Gass. Hallo. So, äh, ich bin ja mal erster. Ich hatte war schon, was haben wir denn hier? Hä? Hä? Hä, wie? Müssen wir etwa da hoch? Äh, warte mal. Ich kapiere es gerade nicht. Jetzt sind wir jetzt gerade Loch. Welche Loch sind wir jetzt? Fünf. Das da drüber ist Loch sechs. Wohin müssen wir? Ich kapiere es gerade nicht. Äh, warte mal. Ich verstehe es auch gerade nicht. Ah, ich denke mal schon, dass wir oben auf die Plattform hoch müssen. Was für eine Plattform willst du? Rechts hier, rechts hier oben ist auch noch Feld. Ah, ich habe es geschafft. So, und jetzt, ah, und jetzt dann von hier aus da rüber. Okay, ich sehe es schon. Ich, ich habe kapischt. Aber du musst jetzt quasi versuchen, da hochzugehen, oder? Du musst mit der Wand hochspringen hier auf die Plattform und von der dann rüber zu der Fahne da. Okay, oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Ich stehe an dieser Scheiß an den Müller in der Winstern. Okay. Aber wir haben nur noch 40 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Ja, egal. Ah, drüber, genau, Mist. Jawohl, ich bin drauf. Ah, nee, das wird nichts. Scheiße. Reicht ja so. Ach, nicht ganz. Und ich bin wieder unten. Noll. Ah, fuck, ist es. Schade. Keine Zeit übrig. Na, es wäre machbar gewesen. Aber okay. Sie hört, sie hört auf einmal nichts mehr. Keine Musik und uns hört sie auch nicht. Das Baby. Ja. Deswegen ist sie auch gerade so still. Okay. Wir müssen jetzt da runter. Oder was? Ja, wir müssen da runter. Ja, aber da ist links eine Rampe. Da musst du draufkommen, da rollst du dich runter. Ich glaube schon unten drunter. Drinnen. Mit Birdie. Na da, ist ja nicht schlecht. Du musst das rechte Loch erwischen. Dann rutscht ich ja runter. Ja. Boogie. Also wie gesagt, Dings hört uns nicht mehr. Jetzt habe ich es wieder. Okay. Sehr gut. Irgendwie hat sich mein Herz jetzt gerade ausgeschaltet. Ich glaube, wir müssen da links rüber. Ah, du musst die, 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 die sollen, die haben so Stellen. Seht ihr das? Da müsst ihr gegen springen. Hä? Ich bin direkt an der Fahne. Ich bin so gut gesprungen. Birdie. Yes. Wie hast du das gemacht mit voller Kraft oder was? Ja, und dann gegen die Säule und dann bin ich genau auf diese schräge Bahn rübergeflogen. Bin noch mal ein bisschen da. Nein, nein, Baby, du musst, da sind so, da sind so flache Stellen dran an den Säulen. Siehst du die? Der links. Genau da. Ja, du musst dir so erwischen, dass du rüber springst. Die linke Säule. Mit etwas mehr als der Dreiviertelkraft. Du musst du dagegen. Dann müsstest du so nicht rüber öffnen können. Ah, fast. Aber es ist wenigstens herausfordernd, das Spiel. Das muss man mal lassen, ja? Also wenigstens hat es ein bisschen was, wenn man auch mal... Ah, der Sand verlangsamt bestimmt, würde ich mal denken. Und dann darüber, okay. Wow. Könnte ich erst mal durch. Zwei Stege. Ja. Ich hätte sogar fast mit einem geschafft. Drei Schläge, aber auch gut. Vor allem, ich war schon praktisch raus aus dem Kurs und bin hinten gegen den Stein und wieder zurück auf diesen Kreis. Ja, aber so ging es bei mir nämlich aus, so. Du wirst wirklich, wie viel Schmack ist. Da sind zwei solche Teile. Ja, ich habe schon gesehen, der eine ist wieder raus. Also ich bin rüber. So. Und dann nochmal ein großer Sprung, Leute. Ja, ich bin auch da. Allein, drüber. Ganz knapp drüber. Drauf. Komm, jetzt nochmal ein bisschen nach links. Ja, 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 ja. Schade, ich bin aber direkt vorm Loch. Jawohl, drin. Bogey. Bogey. Das ist knapper, diesmal. Okay, guck uns das Loch mal an. Da drüben ist die Fahne, glaube ich. Ich komme rechts von uns, ja. Oh Gott, was ist das denn für die Sicht? Du musst es praktisch bis vorwärts für Brücke am besten schaffen. So weit. Ah, in den Sand. Aber das geht noch. Sei runtergefallen. Hä? Ja, leck mich doch ein. Ich bin jetzt wieder rüber, oder was? Ah, ich habe mir das verkehrt, ich war oben drauf. Yes, Bogey. Ja, die Mann holst du dir. Ah. Du musst wieder einen Start zurück quasi jetzt. Warte, du kannst bestimmt auch für die andere Seite hoch. Versuch mal, das ist auch eine Rampe. Hinter dir, Kev, andere Seite. Die ist einfacher. Die. Da bin ich die ganze Zeit dran. Nee, andere Richtung. Hä? Da ist keine Rampe. Doch, da hinten rechts ist eine Rampe. Oh mein Gott, aber das ist so ewig weit weg da, ja. Und da kommst du dann wenigstens gerade aufs Loch zu, wenn du die Rampe schaffst. Da musst du nicht nur noch einmal auf den Kreis. Siehst du, jetzt einfach hoch, da kommst du direkt aufs Loch zu. Ja. Da könntest du es sogar noch schaffen in der Zeit. Ha? 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 Ja. Schön gemacht, ey. Schön mit 8 Schlägen direkt. Ja, war gut. Schön sauber versenkt. Ja, war gut. Der war super. Der war saugeil jetzt. So, äh. Ui. Ich hab ein Schubbchen. Wasserrutsche. Wasserrutsche. Hey. Hey. Ui. 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 Ich fange jetzt mit dem Schubbchen. Ich fange jetzt mit dem Schubbchen wieder raus. So. Nein! Oh Mann. Double boogie. Nicht so doll, Kev. Du musst dann, du musst in das Wasser. Das Wasser trägt nicht rüber. Ja, schon klar. Das Wasser trägt. Ja, du machst zu doll. Mach so ungefähr die Hälfte. Weil die Hälfte der Zeit geht kaputt damit, weil das Ding einfach noch ein paar Minuten rollen muss. Ach, Mann. Ja, die waren verkackig. Pff. Pff. Ja, das war auch der Plan an der Sache vorher schon. Kev hat es ein bisschen schlauer gemacht als hier. Okay, jetzt habe ich erst rausgesprungen aus dem Wasser. Ich habe es genossen, ne? Die Fahrt, ne? Ja, wir haben die Fahrt genossen, genau. Okay, da ist eine Lücke dazwischen. Da müssen wir rüber auf jeden Fall. Und dann eine Plattform, die sich dreht. Oh, nein. Oh, nein. Mann. Okay. Ich bin im Wasser gelanget. Mein erster Schlag. Oh. Okay, die war auch zu kurz. So, ich bin drüber. Das ist zu stark. Schon wieder zu kurz, ey. Oh. Was war das denn jetzt gerade? Voll gegen die Kante ab und vor. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn das jetzt klappt. Ich weiß ja. Der war zu fest. Ich wollte mich da vorsetzen. Nein, nicht ganz. Aber der Trick könnte gut werden. Wenn das klappt. So, jetzt. Oh, Gott. Ha, ha, ich bin drüber. Nein, oh, nee. Jawohl, ich bin drauf. Nein. Ich dachte, ich bin drauf. Aber ich bin ein bisschen davor wieder. Was? Wo? Hä? Ach so. Ach, Mann. Stade. Nein, in dem Moment geht die wieder hinten runter. Ja, fahr runter, ich fahr drauf, ey. Mist. Ha, leck mich doch. Keine Schläge mehr übrig. Das heißt, es bleibt alles unverändert. Ja. Moment. Ah, ich sehe es. Da ist eine Lücke rechts. Da müssen wir durch. Die geht immer hoch und runter. Schon geschafft. Oh. Ja, ich bin auch durch. So, da musst du dir mit voller Power wahrscheinlich den Looping-Gerfers nehmen. Jawohl. Ja. Ha. Oh, Mist. Ja, zack. Ich bin auch wohl nachgelassen. Sieben Schläge. Oh. Ich glaube, ich habe vier oder so geschafft. Ich muss drei Viertel-Gerfersen. Du musst richtig dolle. Dreiviertel-Gerfersen oder so. Ja, wenn ich richtig doll wachen lasse, ich komme mir selber auf den Rand da hin. Ja, perfekt. Schade, komm, der Nächste sitzt, haha, schade, nein, da bist du, zur Fetze, oh, ich hab's rüber geschafft, oh Gott, guck mal, die Sphinx, wow, du musst doch wirklich reinschießen, ja, du musst doch voll durchschießen, oh, zu doll, nein, zu niedrig, das ist doch wo man nicht, wow, fast, ich bin an der Oberlippe geblieben, jetzt bin ich drin, hui, lauf in die Pyramie, oder was, und jetzt, achso, das war so fest, ein bisschen kraft weniger, ja, nein, nein, will nicht raus, aber eine coole Bahn, muss ich sagen, soll es doch schön durch, bam, da ist auch so eine Kante, oder so eine Sprungsschatz, oder, ich bin drin, abschläge, ach, dass du musst da, ja, ja, das Loch rein, ich weiß, ich mein baby nicht leck mich doch zu schnell das ist nicht wahr hatte ich kann ich einen schluck verloren ich hab mal jetzt 15 noch drei löcher vier löcher ja wohl drüber da fast ja leck mich doch zu hoch gewünft aber ich kann es mit paar schaffen yes vier wow Kev und ich, Alter. Macht euch Konkurrenz, oder was? Okay, wir müssen über diese Rampen entscheiden, würde ich mal sagen. Oh, das wird ein Gespring, dann guckt euch das mal an. Oh! Probier das einfach mal! Ah, ich hab's geschafft! Mit einer Vase als Trick, aber ich hab's geschafft. Nein! Ich bin drüben! Body! Body! Ich hab' nicht verdient. Ja, damit hast du gewonnen. Ich wollte eigentlich die Bande nehmen, um um die Ecke zu kommen, aber der ist rüber, auf diese Zielplattform gesprungen und genau reingerollt. Also ich krieg' gerade nicht hin. Das müsstest du jetzt gewonnen haben. Das war wirklich, das war jetzt grad mehr Glück als Verstand, Kev. Echt, das war... Sehr viel Glück auf meiner Seite. Jedes Mal, ob ich diese Scheiß kannte, braut's. Ich komm' nicht weiter. Ich roll' doch dazwischen! Die kleine Rampe. Geht ja auch nicht. Der bringt ja auch wieder raus. Hast ja gerade gesehen, wie der raus ist. Es wird knapp, jetzt noch ins Ziel zu kommen, ne? Jetzt muss ich da, wo lang? Ja, fahr' wieder zurück zum Start, weißt du. Jetzt hast du gewonnen. Der ist jetzt nur hier. Der ist auf. Oh! Genau in der Ecke hängen geblieben! Zu weit Ha, ich bin drüben Oh Au Damit sind wir gerade ein bisschen raus, ist die Sache So Wir versuchen die Feder zu beheben Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge morgen wieder neu Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge